Ich muss sagen, momentan passt es alles genauso, wie es ist. Es macht einen ja dann schon irgendwie stolz, dass man, auch wenn man mittlerweile seit über zehn Jahren in der Regionalliga spielt, dass man so eine große Fanbase noch im Rücken hat, dass da so eine Stimmung immer ist, dass da so viele Emotionen in diesem Verein drin sind, das packt einen dann einfach. Also alle Leute, die hier arbeiten, haben irgendwie dieses Ziel, diesen Traum, dass man wieder zurück in den richtigen Profi-Fußball kommt. Alemannia Aachen, You Never Talk Allain, der Alemannia-Podcast, der Aachener Zeitung, aus dem Medienhaus Aachen. Hallo zur neuen Folge von You Never Talk Allain, dem Alemannia-Podcast aus dem Medienhaus Aachen. Ich bin Peter Engels und heute zu Gast bei uns Megan Makarowski, zuständig für Medien und Kommunikation bei der Alemannia. Schön, dass du da bist, liebe Megan. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ja, wie geht es dir? Ja gut, soweit gerade für mich nicht die allerstressigste Zeit. So ein bisschen, die Saison geht zu Ende, ein bisschen Vorbereitung für die nächste Saison, aber es geht gerade. Deswegen geht es mir ganz gut. Immer wenn ich dich sehe, hast du so viel zu tun, dass du gar nicht weißt, wo dir der Kopf steht. Okay, hattest du denn ein bisschen was vom langen Wochenende? Nach dem 5 zu 1 bei Rödinghausen war bestimmt ganz gute Stimmung im ganzen Team, oder? Ja, auf jeden Fall. Hat man ja nicht unbedingt damit gerechnet, dass man dann so hoch auch gewinnt auswärts. Für mich war es ganz schön, jetzt durch den Feiertag hatte ich mal ein richtiges Wochenende, zwei freie Tage. Das kommt sonst nicht immer vor durch die Spiele am Wochenende. Deswegen für mich auch mal ein schönes, erholsames Wochenende. Ja, das sei dir gegönnt. Wie wichtig ist denn so ein Sieg für dich, für deine Laune, dass es dir gut geht? Boah, also ich muss sagen, früher, als ich nur ganz normal Fan war, konnte ich das schon sehr schnell sehr gut abhaken, wenn ein Team verloren hat. Jetzt, wenn man hier arbeitet, nimmt man das schon so ein bisschen mit. Das ist dann schon eine andere Stimmung im ganzen Verein, wenn man einen Sieg holt, im Gegensatz zu einer Niederlage. Das ist dann schon so, dass der Montag oft noch so ein bisschen betrübt ist, man erst mal wieder die gute Laune zurückholen muss. Auch hier in der Geschäftsstelle ist das wahrscheinlich dann so ein bisschen trübe Gesichter. Richtig, ja. Wie pusht ihr euch dann wieder, wie motiviert ihr euch dann wieder, nach vorne zu gucken? Ach, das kommt so. Irgendwann hakt man halt so ein Spiel dann einfach ab, so wie die Spieler das auch machen müssen. Und es gibt dann genug Aufgaben, die fürs nächste Spiel sofort vorbereitet werden müssen. Deswegen kann man da schnell wieder positiv auf das nächste Spiel schauen. Du guckst die Spiele auch im Stadion, egal ob hier zu Hause oder auswärts. Wie emotional bist du da so? Rastest du dann auch schon mal komplett aus? Also meistens habe ich mich im Griff. Ich muss aber sagen, also es kommt schon vor, dass die Handgelenke mal wehtun am Ende eines Spiels, wenn man dann irgendwie eine Medientribüne auf den Tisch gehauen hat, wenn man sich ärgert. Also ich versuche mich im Griff zu haben, vor allem wenn man auswärts dann zwischen fremden Journalisten sitzt oder auch Fans, dann sollte man da jetzt nicht zu sehr provozieren. Es kommt aber vor, dass ich auch mal sehr emotional da werde. Vor Fremden dann eher so die toughe Pressefrau. Genau, richtig. Sehr gut. Jetzt am Freitag Flutlichtspiel gegen Schalke 2. Da kannst du dann noch mal vorher die Handgelenke ein bisschen aufwärmen. Ich hoffe, da gibt es auch noch mal ein bisschen was zu feiern und zu jubeln. Das wird ja bestimmt noch mal ein Highlight, das letzte Heimspiel hier. Ja, auf jeden Fall. Heimspiele sind immer sehr schön. Man hat auch mehr Arbeit als bei einem Auswärtsspiel, das ist schon so. Aber zu Hause macht es dann doch irgendwie immer noch mehr Spaß. Ja, glaube ich. Da sprechen wir gleich auch noch kurz drüber, was so deine Aufgaben sind. Und gerade eben, wenn Spieltag hier in Aachen ist, dann hast du da auch noch einiges zu koordinieren. Wie sehr nimmst du denn so Emotionen dann auch tatsächlich aus dem Stadion mit nach Hause? Kannst du dich dann sofort hinlegen und pennen oder bist du dann auch noch lange wach? Also in der Regel kann ich da schon schnell auch schlafen. Letzte Saison war es ein bisschen anders. Da hat man das dann schon ein bisschen mit nach Hause genommen, wenn man so im Abstiegskampf ist. Das macht dann schon was mit einem. Aber in der Regel kann ich da schon schnell zu Hause mit abschalten. Du sagtest gerade, im Moment ist eine relativ ruhige Phase, also verglichen mit anderen Phasen in dieser Saison. Und gerade auch in der Saison davor, wo es gegen den Abstieg ging, da sind wir ja jetzt eigentlich wirklich in ganz guten Zeiten unterwegs. Aber es ist noch nicht alles geklärt, noch nicht alle Spielerverträge. Ist ja schon noch so ein bisschen, du hast auch eben gesagt, diese Woche gibt es noch ein paar Entscheidungen. Ist da auch für dich jetzt noch viel zu tun oder machen das eher andere dann? Nee, klar, für mich ist da auch viel zu tun. Gerade wenn man jetzt so viele Abgänge hat, neue Spieler dazu bekommt, dann muss man viele Pressenbeteilungen schreiben, viele Fotos machen, mit den Zeitungen darüber sprechen, Zitate einholen. Das ist dann schon, ja, für mich auch Arbeit. Aber dadurch, dass wir jetzt in dieser Saison relativ frühzeitig dann planen konnten, hat sich das gezogen über mehrere Wochen und Monate, sodass man das so ein bisschen vorbereiten konnte alles. So letzte Saison zum Beispiel, da konnte man bis zum letzten Spieltag eigentlich nichts in diese Richtung machen. Ging alles erst danach, da war es dann schon um einiges stressiger. Stimmt, da war der Klassenerhalt so dominierend, das Thema, dass alles andere so ein bisschen hinten anstanden. Genau, richtig, ja. Genau. Du machst das jetzt bald schon drei Jahre, kann das sein, die Öffentlichkeitsarbeit hier? Ja, ich war 2019 hier als Praktikantin für ein paar Monate. Und habe danach ehrenamtlich so ein bisschen was weiterhin gemacht bei meinem Vorgänger, bei Daniel Kosch. Also an Spieltagen oder ich saß dann in der Uni und habe da irgendwelche Grafiken gemacht in Vorlesungen, so nebenbei. Und habe dann 2020, ja, Festi angefangen. Also es sind jetzt dann bald drei Jahre, ne? Genau, ja. Also vier Jahre, dass ich hier intern so mit dabei bin, mehr oder weniger. Und drei Jahre dann, ja, wirklich angestellt und allein verantwortlich. Ja. Studiert hast du in Köln, ne? An der Makromedia-Hochschule? Ja, Hochschule Makromedia. Ich habe Medienmanagement mit Schwerpunkt Sport und Events studiert. Cool. Ja, wie bist du zu Alemannia gekommen? Immer schon Fan gewesen, oder? Ich muss sagen, früher habe ich Alemannia nur so ein bisschen verfolgt, wie es so lief. Noch nicht richtig Fan. Also nicht so, dass ich jede Woche hier auf dem Tivoli war, ab und zu mal. Aber jetzt nicht wirklich regelmäßig. Und dann war das einfach im Laufe meines Studiums, dass ich gedacht habe, ja, okay, ein bisschen Praxiserfahrung sammeln. Habe dann in meinen Semesterferien hier das Praktikum gemacht. Und muss sagen, habe mich da sehr, sehr schnell in den Verein verliebt und kam irgendwie nie wieder weg. Das war dann so, ja, das DFB-Pokalspiel, das war in meiner Anfangszeit, ja, schon ein paar Highlights. So, dann hat man sich sehr schnell irgendwie in den Verein verliebt. Okay, interessant. Also es ist nicht jetzt, weil die Familie total Alemannia-verrückt ist oder so, oder der Papa, oder? Nee, das ist für mich sehr lustig. Bei mir war nie jemand Fußballfan. Also mein Bruder nicht, mein Vater nicht, meine Mutter nicht. Ich habe dann irgendwann angefangen, Fußball zu schauen und habe mich da sehr viel interessiert. Und mittlerweile sind alle mehr oder weniger Alemannia-Fan. Hast du alle mitgezogen. Genau, ja, also ich war quasi so der Initiator für die restliche Familie, so Fußballfan zu werden. Okay, ja, so rum kann es ja auch laufen, warum nicht? Und du hast eben gar nicht erwähnt, dass du noch bei Werder Bremen ein halbes Jahr warst zwischendurch. Was war das oder wie kam das? Ja, das war dann ein halbes Jahr, nachdem ich hier das Praktikum gemacht habe. Also es war Anfang 2020. Da ist die Pandemie los, ging sozusagen nicht genau. Genau, mein Pflichtpraktikum für die Uni. Das hatte ich dann bei Werder Bremen. Bin dann nach Bremen gezogen. Da war irgendwie, weiß ich nicht, drei, vier Wochen war ich im Praktikum. Dann hat Corona angefangen. Da ging es dann wieder ins Homeoffice. Und muss dann sagen, von Werder wird es hier keiner hören. Aber da habe ich dann mehr für Alemannia getan als für Werder Bremen. Weil mein erster Gedanke damals, als die Pandemie dann losging und ich mitbekommen habe, bei Werder fällt das erste Spiel aus, war für mich nur so, boah, scheiße, was ist jetzt bei Alemannia? Also das war wirklich, da war ich schon so in dem Verein drin, dass ich mir da viel mehr Sorgen drum gemacht habe. Ja, war trotzdem eine superschöne Zeit bei Werder Bremen. Also auch was ganz anderes in so einem Bundesliga-Verein dann als hier. Ja, kann ich mir vorstellen. Da war ich auch schon im Weserstadion. Ja, da nimmst du doch bestimmt auch einiges mit oder hast vielleicht auch noch Kontakte dahin. Ja, klar. Also das ist was ganz anderes. Da war eine Abteilung größer als hier alle Mitarbeiter. Also da war ich eher so im Sponsoring, digitalen Sponsoring. Da waren wir insgesamt über 20 Leute, glaube ich. Und hier hat der gesamte Verein nicht mal 20 feste Mitarbeiter. Das ist dann schon ein ganz anderes Gefühl da. Also das ist schon ein sehr großer Unterschied. Das glaube ich, ja. Und jetzt bist du hier fest im Team und ich glaube dann wahrscheinlich nach deinem Studienabschluss oder so, bist du dann hier fest angestellt worden oder wie lief das? Ja, das ist eigentlich eine sehr traurige Geschichte. Es war noch, als ich bei Werder im Praktikum war, ist mein Vorgänger im Sommer 2020 hier ja sehr plötzlich verstorben. Da wurde ich dann so ein bisschen gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, hier was zu übernehmen, weil ich die Einzige war, die zumindest so ein bisschen noch wusste, was in der Abteilung gemacht werden muss. Wer Ansprechpartner ist, wer Ansprechpartner ist, wer was alles drumherum noch organisiert werden muss. Natürlich auch nicht alles. Ich war halt vorher nur Praktikantin und ehrenamtlich so ein bisschen. Aber da wurde ich dann gefragt und habe dann mein letztes Semester Bachelorarbeit quasi nebenbei geschrieben. Also habe hier schon gearbeitet und nebenbei noch die Bachelorarbeit gemacht. Ja, das ist so, wie ich dann hier fest hingekommen bin. Und im Gegensatz zu manchen Spielern oder den meisten Spielern hast du hier keinen befristeten Vertrag und willst auch hier bleiben, denke ich, ne? Genau, ja. Was sind denn alles so deine Aufgaben? Du hast eben schon ein paar angedeutet. Klar, Pressemitteilungen schreiben, Fotos machen, Social Media und noch viel, viel mehr, oder? Erzähl mal. Ja, ich habe das Glück irgendwo, dass mein Studium recht breit gefächert war, weil hier wirklich dann so eine Medien- und Kommunikationsabteilung ist, eine Ein-Mann-Abteilung. Beziehungsweise ich habe dann schon mal eine Aushilfe oder einen Praktikanten, aber größtenteils läuft das halt alles über eine Person. Das heißt, alles, was irgendwie mit Medien und Kommunikation zu tun hat. Also es geht von Texte schreiben über Fotografieren, Videos, Interviews führen, viel Organisatorisches drumherum. Dann auch normale Pressesprecheraufgaben, also Beziehungen zu Zeitungen, zu Journalisten pflegen. Ja, auch Ansprechpartner für Trainer, Spieler, Geschäftsführer, was so Kommunikations-Dinge angeht. Am Spieltag bin ich noch verantwortlich, zum Beispiel für die Stadionregie. Also ich mache das nicht selbst, aber ich bin da Ansprechpartner für die Leute. Also das ganze Organisatorische, was da noch gezeigt wird, die Grafiken darf ich machen. Also es ist, was andere, also in größeren Vereinen dann so verschiedene Abteilungen fast schon sind. Das wird dann hier im Verein, also nicht nur in meiner Position so, sondern bei vielen meiner Kollegen auch, ist dann alles innerhalb von, muss dann alles eine Person machen einfach, ja. Ja, das stimmt. Der Leo Künner hat uns das auch erzählt, der sich ja auch um Stadiontechnik und Video und Audio kümmert, dass der das vor dem Spieltag dann immer mit dir durchspricht. Richtig, ja. Was, wann, in welcher Reihenfolge gezeigt werden soll, welche Sponsoren, welche Spots und so weiter, ne? Ja, das ist teilweise, genau, das sind teilweise Sachen, man sieht das als Zuschauer, das habe ich früher genauso gemacht, da weiß man gar nicht, was da zum Teil für eine Arbeit hinter steckt. Also wie genau auch so ein Ablaufplan für die Stadionregie getaktet ist, das ist wirklich fast auf die Sekunde genau dann und wenn dann da irgendwas nicht läuft, dann wird das schon mal stressig. Das sind halt einfach viele Sachen, die noch so organisatorisch drumherum organisiert werden müssen. Bist du stressresistent? Du bist ja eine wichtige Schnittstelle hier. Ich würde sagen, es hat sich schon gebessert, so über die Jahre. Also ich kann unter Stress schon gut arbeiten, aber ich weiß, also mir wird es irgendwann auch zu viel. Also ich brauche dann auch schon mal so einen Tag einfach Ruhe und mache gar nichts. So wie gestern. Genau, und dann geht es auch wieder, aber an sich kann ich unter Stress gut arbeiten, ja. Ja, du wirkst immer sehr cool, wenn wir dich hier antreffen in der Geschäftsstelle. Ja, wir sind ja regelmäßig mit dem Podcast hier. Genau, ja. Und ja, da denke ich immer, oh, die ist echt cool, die hat die Ruhe weg. Das muss man hier wahrscheinlich auch bei den vielen Aufgaben und Ansprechpartnern. Aber auch spannend, dann hast du ja wirklich einen Blick hinter die Kulissen wie kaum jemand anders. Ja, es ist schon so, also im Medienbereich hast du auch mit wirklich fast jedem im Verein irgendwie zu tun, auch mit anderen Abteilungen, mit der ersten Mannschaft, mit Geschäftsführung, mit dem e.V., mit den, ja, mit der Sponsoring-Abteilung auch. Mit denen muss ich mich auch viel austauschen. Also es ist schon so, dass man von sehr vielen Abteilungen, sehr vielen Leuten schon einiges mitbekommt. Sponsoring sind das auch die Marketing-Kollegen, die auch hier vorne sitzen? Ja, genau. Okay, es sind auch nur zwei, muss man sagen. Es sind auch nur zwei, ja. Ja, da sind dann so Sachen dann, für Sponsorenangebote mache ich dann Grafiken zum Beispiel, Photoshop. Klar, dass das am Ende alles gut aussieht. Ein bisschen aushelfen, genau. Deswegen hat man mit allen, oder auch Pressemitteilungen für Sponsoren, deswegen hat man mit allen Abteilungen schon ein bisschen was zu tun hier. Musst du wahrscheinlich auch technisch relativ fit sein im Bereich Video, Audio, so ein bisschen Hands-on-Mentalität, oder? Ja, genau. Also ich muss sagen, ich habe mir das alles so ein bisschen im Laufe der Zeit selbst beigebracht. Einfach mal machen, ne? Genau. Das ist bei vielen Sachen dann so, beim Fotografieren, mit Photoshop, mit Premiere, das muss man einfach, also beim Videoschnitt, einfach so ein bisschen ausprobieren und im Laufe der Zeit wird es dann immer besser. Ja, mittlerweile würde ich behaupten, es geht halbwegs. Sehr gut. Ja, es bleibt dir auch anderes übrig. Bleibt dir neben deinen vielen Aufgaben und wahrscheinlich auch Stunden, die du hier verbringst jede Woche, noch ein bisschen Zeit für Privates, für Freizeit. Ich nehme an, Hund oder Katze, hast du keine Zeit für, oder? Nee, Hund oder Katze habe ich nicht mehr. Ich hatte einen Hund, also bei meinen Eltern hatte ich einen Hund, aber sonst privat. Ich muss sagen, es hört wahrscheinlich nicht jeder Aachener gerne. Ich wohne ja noch in Köln, noch. Ich überlege dann auch den Schritt nach Aachen wieder zu gehen. Gut, dass du das noch dazu gesagt hast. Ja. Durch mein Studium einfach wohne ich da noch. Das ist dann auch noch sehr viel Fahrerei. Dadurch ist dann ein bisschen weniger Freizeit noch, als ich eigentlich hätte. Okay, ja, ja, das denke ich. Und eben, du hast keine Fünf-Tage-Woche, keine geregelten Arbeitszeiten. Nee, in der Regel ist es eine Sechs-Tage-Woche, ja. Ja, genau. Am Wochenende kann auch noch hier und da ein bisschen was passieren. Man weiß ja im Presse-Bereich, Medien-Bereich nie, was da auch am Wochenende noch kommen kann. Ja. Deswegen, so ganz frei hat man nur selten. Ja, das glaube ich. Damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen, liebe Megan, auch ein kleiner Fragenhagel für dich, das kennst du schon hier. Erste Frage. Ich werde schnell schwach bei? Chips. Wenn ich eine Superkraft hätte, dann wäre das? Fliegen. Das wäre cool, ne? Kinoabend oder Netflix? Netflix. Meine Vorbilder im Leben oder mein Vorbild? Meine Eltern. Ich koche und esse am liebsten? Oder kochst du gar nicht? Doch, mittlerweile koche ich schon so ein bisschen, wenn ich selber koche, am ehesten Pasta. Ich esse gerne Pizza. Also alles mit P. Ja, schmeckt ja auch gut, ne? Also italienisch ist nicht verkehrt, würde ich so raus. Und was würdest du auf keinen Fall nochmal machen? Das würde ich auf keinen Fall nochmal machen. Alleine in den Urlaub fliegen. Ist nicht immer so gut. Nee, war nicht so mein Ding. Okay. Ich gebe viel oder zu viel Geld aus für? Sprit. Aber das kann sich ja ändern, ne? Text oder Sprachnachricht? Es kommt drauf an. Längere Sachen schon gerne auch mit Sprachnachricht. Geht schneller. Ja, das stimmt. Gibt es etwas, was dir manchmal Angst macht oder Sorgen? Ja, schon so die großen Dinge auf der Welt. Kriege. Ja, sowas in die Richtung finde ich schon sehr beängstigend. Und auch Armut so zum Teil. Ob in Deutschland oder auf der Welt. Das sind schon so Sachen, die mir manchmal zu viele Gedanken rauben. Gibt es etwas, was dir richtig Spaß macht oder dir gute Laune macht? Mit Freunden treffen. Das ist schon, ja. Das, was mir eigentlich immer gute Laune macht. Ja. Ist das so der perfekte Tag oder das perfekte Wochenende für dich? Also natürlich ein Alemanniasieg und dann noch mit Freunden treffen? Genau. Erstmal, ja, ein Alemanniasieg ist immer gut für gute Laune. Ja, und dann irgendwie noch entspannt was mit Freunden machen. Perfektes Wochenende, aber auch so ein bisschen Entspannung gehört auch noch dazu. Mhm. Das ist so das, ja. Was entspannt dich da? Wie kommst du runter? Ich lese recht gerne. Ein bisschen Ruhe einfach haben. Das ist wichtig zwischendurch. Ich ja auch sehr viel mit Social Media beruflich zu tun habe, mit Medien generell. Ist dann auch mal ganz gut, nicht auf dem Bildschirm zu schauen, ab und zu. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du kennst dich ja gut aus in der Region. Kommst aus Geilenkirchen, arbeitest hier in Aachen. Viel Zeit bleibt nicht, sagst du klar, für Freizeit noch. Die Pendelei von Köln kommt noch dazu. Aber hast du so Lieblingsecken, Lieblingsorte hier in der Region? Wo bist du gerne, wenn du frei hast? Ja, ich muss sagen, jetzt aktuell, wenn ich frei habe, ist das dann schon eher in Köln, nicht hier direkt in der Region. Sonst mein Lieblingsort. Eigentlich bei meiner Oma dann zu Hause. Also Heimat. Das ist dann für mich hier in der Region schon mein Lieblingsort. Okay. Und in Aachen gibt es da auch Lieblingsorte, abseits vom Tivoli? Nee, würde ich sagen, schon Tivoli. Sonst, ich war als Kind oft hier in Aachen wirklich unterwegs. An sich eine schöne Stadt, aber jetzt so ein spezieller Lieblingsort, den habe ich hier nicht. Ich habe das ganz am Anfang schon mal gefragt, aber gibt es so ein Schlüsselmoment oder irgendein Erlebnis, wie du zum Fußball gekommen bist? Nee, das ist an sich sehr langweilig. Ich hatte irgendeinen Sommer mal viel Langeweile, Sommerferien, und habe dann irgendwie angefangen, so Testspiele zu gucken. Das war so ganz verrückt irgendwie. Und habe dann einfach immer mehr Fußball geguckt. Irgendwann dann so alles an Sport, was irgendwo lief. Also irgendwie kein spezieller Moment, nee. Aber selber spielst du nicht Fußball? Nee, habe ich nie selbst gespielt. Was machst du für Sport? Ich gehe jetzt ab und zu mal ins Fitnessstudio. Ich bin sehr lange geritten. Das war ja mehrmals die Woche. Das war so in der Jugend. Aber habe ich dann irgendwann aufgehört nach der Schule. Bei Social Media, da findet man gar nicht so viel über dich. Ist das Absicht oder habe ich nur nicht gut genug recherchiert? Also ich habe Profile, also bei Facebook als auch bei Instagram, aber ohne jegliche Beiträge. Ich nutze das so ein bisschen, so zu gucken, was die anderen Leute so machen. Für mich selber habe ich aber überhaupt nicht das Bedürfnis, mich in der Öffentlichkeit so zu präsentieren. Also da irgendwie was von mir zu zeigen. Mit meinen Freunden kann ich das so machen. Und darüber hinaus brauche ich das irgendwie nicht. Also beruflich mache ich das gerne und ich verstehe auch den Sinn dahinter und habe aber für mich irgendwie privat so beschlossen, dass ich das nicht so brauche. Ja klar. Und hier machst du natürlich auch so viel Storys, Fotos, Posts. Da muss man das nicht auch noch privat machen. Genau, ja. Kann ich mir vorstellen. Wie ist das mit der Mannschaft? Also findet ihr das cool, wenn du das mit denen machst? Oder ist das manchmal auch ein Angang? Weil es will ja auch nicht immer jeder fotografiert werden oder jetzt mach mal irgendwas Lustiges für die Story oder so. Ich meine, wir machen das für den Podcast ja auch noch nebenbei. Aber wie sind da so deine Erfahrungen? Es ist verschieden. Also es gibt viele Spieler, die es überhaupt nicht stört. Die meisten wissen auch, dass deren Job einfach dazugehört, dass sie fotografiert werden und Interviews führen müssen irgendwo. Zu manchen Sachen muss man natürlich die so ein bisschen, also nicht drängen, aber schon sagen, so was macht schon Sinn oder wäre schon gut, wenn du das mitmachst. Aber an sich sind die da alle sehr entspannt mit. Coacht du die dann auch ein bisschen so in die Richtung, dass du sagst, es wäre ganz klug, wenn du das vielleicht sagst oder das nicht? Ich bin da eigentlich ein Fan von, dass jeder sich da persönlich zeigen kann und dass nicht alles vom Verein komplett vorgegeben ist. Aber natürlich gucke ich da schon, dass das irgendwie schon Sinn macht, was die sagen. Oder im Nachgang mal so, okay, das ist vielleicht nicht so gut, wenn du sowas zu viel sagst. Aber an sich finde ich schon, dass da jeder seine Persönlichkeit auch zeigen soll, ja. Gut, also die können das dann auch von dir annehmen, nehme ich mal an, wenn du einen Tipp gibst und sagst, so, das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Insta-Story sagen. Ja, doch, doch, also da respektieren die mich schon, dass, doch, schon, ja. Okay, bist du auch sowas wie eine gute Seele hier? Boah, das weiß ich nicht. Das müssen andere beurteilen. Also ich glaube schon, dass ich sehr gut mit vielen Leuten klarkomme und auch mal versuche, hilfsbereit zu sein. Aber gute Seele, weiß ich nicht. Ja, es sind auch nicht so viele Frauen hier, wenn man sich umguckt. Nee, nee. Ja. Also eine Kollegin hier noch, Susanne Czernia, dann eine Zeugwartin. Das war es lange so an Frauen. Mittlerweile ist es ein bisschen mehr schon mal Praktikantin. Ich habe jetzt eine Aushilfe, die auch eine junge Frau wird mehr. Es wird mehr, ja, ja. Wir haben letztens ja auch die Frauenabteilung bei uns im Podcast vorgestellt. Allerdings sind da die Verantwortlichen auch eher Männer. Wie ist da so die Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen? Ihr habt ja eine ganze Menge über den Fußball oder die Erste Herren hinaus noch. Ja, dadurch, dass ich jetzt für die GmbH alleine zuständig bin, kann ich leider nicht für jede Abteilung dann die ganze Pressearbeit mit übernehmen. Das ist dann so, dass, also ich bin schon mit den meisten Abteilungen im Austausch. Wenn die irgendwie was veröffentlicht haben wollen, auf der Homepage irgendwas stehen soll, dass die mir was zuschicken können. Ich mich darum kümmere, dass das irgendwo veröffentlicht wird oder dass wir an einem Spieltag was durchsagen. Oder zum Beispiel das Video der Frauen zu den Heimspielen, die die hier um Tivoli hatten, dass sowas auch verbreitet wird, bei den Heimspielen gezeigt wird. Da bin ich dann schon Ansprechpartner. Ich kann aber leider dadurch, dass ich selber auch sehr viel schon zu tun habe, nicht für die ganzen Abteilungen noch selber aktiv sehr viel machen. Ja, klar. Die haben natürlich ihre eigenen Kanäle auch, die die auch dann selber bespielen. Genau, ja. Klar. Und die Mannschaft, ich meine, du kennst die alle. Das ist wahrscheinlich schon fast familiär. Jetzt war auch noch das Trainingslager in Belek dieses Jahr, was dann auch nochmal mehr zusammenschweißt. Wie ist so die Nähe zum Team? Also es sind an sich eigentlich immer super Jungs. Man versteht sich gut kollegial. Bei so einem Trainingslager hat man natürlich auch schon mal dann so einen Abend, wenn man zusammen was trinkt oder so. Es ist aber an sich so, dass ich versuche jetzt nicht die ganz großen Freundschaften aufzubauen, damit man auch immer noch sehr professionell miteinander umgehen kann. Und dadurch, dass die einfach oft halt nach ein, zwei, drei Jahren wieder weg sind, dass man da halt nicht zu enges Verhältnis hat. Ja, damit die Abschiede nicht ganz so schwer sind. Ja, das glaube ich. Mit wem verstehst du dich besonders gut aus der Mannschaft? Boah, es sind größtenteils die, die schon länger da sind. Einfach, weil man sich dann drei, vier Jahre kennt. Also Alex Heinz, Sebastian Schmidt, Marco Müller. Also das sind so die Leute, Freddy Baum, die man einfach seit der Anfangszeit quasi kennt. Aber an sich verstehe ich mich mit den meisten gut so. Man hat mit dem einen mehr zu tun, mit dem anderen weniger. Das ist aber sehr irgendwie normal unter Kollegen. Fällt dir dann so ein Abschied schwer, wenn jetzt so ein Schmitty geht oder Marco Müller? Ja, natürlich. Ich finde man das zum Teil dann schade. Aber das gehört halt im Fußball einfach dazu. Das ist dann so, ja. Und gibt es auch neue Spieler, die dich dann mal total überrascht haben oder so? Oder wo du denkst, ach, bist du auf meiner Wellenlänge oder gleicher Humor oder sowas? Oder auch im Podcast? Ich meine, du bist auch meistens dabei, wenn wir die Gespräche aufnehmen. Ja, oft Dinge aus dem Podcast höre ich ja dann auch zum ersten Mal. Das ist ja nicht so, dass ich mit allen dann wirklich regelmäßig auch viele private Gespräche führe. Es ist ja oft dann schon relativ oberflächlich so. Natürlich ist das so, dass man schon mal so einen neuen Spieler das erste Mal sieht und noch nicht so den Eindruck hat. Und dann nach den ersten Wochen denkt man so, ah, der ist ja wirklich sympathisch, sehr offen. Das kommt schon vor auf jeden Fall, ja. Gibt es schon mal so Situationen, dass du schon vorher weißt, dass ein Vertrag nicht verlängert wird oder sowas? Und das dem Spielern aber noch nicht sagen darfst, wie sehr belastet sowas? Vor allen Dingen, wenn man sich gut kennt, sich versteht? Es geht. Also ich muss sagen, zur Anfangszeit schon so ein bisschen, wenn man halt oft schon so zumindest eine Vermutung hat oder irgendwie was mitbekommen hat oder man weiß es auch wirklich schon. Man kann aber noch nichts sagen, aber es hört sich ein bisschen doof an, weil man gewöhnt sich dran, dass Spiele einfach gehen oder auch Trainer entlassen werden. Stimmt, das hast du ja auch schon erlebt. Habe ich auch schon ein paar Mal leider mitgemacht, ja. Man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Ist auch Business, ne? Ja, genau. Und die Schnelllebigkeit im Fußballgeschäft, ist die so, klar. Bist du dann jemand, der aber trotzdem Kontakt hält mit einem Fuad Kilic, auch mit einem Trainer, der ja wichtig auch für Aachen war oder mit ehemaligen Spielern? Eher weniger. Oder hakst du das dann ab? Eher weniger, ja. So viele neue Leute dann immer wieder, also natürlich zu besonderen Anläs mal, aber das ist eher selten. Du bist ja wahrscheinlich dann auch einfach viel im aktuellen Geschehen und hast gar nicht so den Kopf, wahrscheinlich so viel für die Vergangenheit und das dann auch zu pflegen, vermute ich jetzt mal. Ja, man muss auch einfach überlegen, das sind ja dann, allein ich habe ja dann in meinen drei, vier Jahren hier schon gefühlt 60 Spieler mitgemacht, fünf Trainer. Ja, es häuft sich sehr schnell dann. Deswegen ist es schwierig, da zu jedem Kontakt zu halten. Wie würdest du deine Zusammenarbeit mit dem jetzigen Trainerteam beschreiben? Ja, es ist sehr gut, also es ist wirklich auf Augenhöhe, wir tauschen uns aus über verschiedene Dinge, kann sehr oft mit ihm reden. Er fragt auch, ob Sachen in Ordnung waren, wie er das gesagt hat, gibt mir auch Tipps, so vielleicht können wir darüber nochmal irgendwie öffentlich sprechen, vielleicht können wir dazu mal was machen. Also es ist schon eine sehr gute Zusammenarbeit jetzt. Und Helge Hohl hast du gerade angesprochen, Sascha Eller, wahrscheinlich auch eine wichtige Bezugsperson für dich hier im Verein, auch schon lange dabei. Ja, auf jeden Fall. Also auch mit Sascha, das ist super locker alles irgendwie auf einer Augenhöhe, auch wenn er Geschäftsführer ist, aber er respektiert dann jeden im Verein, sagt auch zu mir, er vertraut mir da vollkommen in dem, was ich tue. Also das ist dann schon eine gute Zusammenarbeit auf jeden Fall, ja. Das ist auch wichtig. Ja, top. Hier im Podcast haben wir das schon öfter gehört, auch dass die Zusammenarbeit, der Zusammenhalt hier in der Geschäftsstelle sehr, sehr gut ist. Ich glaube, das ist gerade auch bei einem krisengebeutelten Verein wie Alemannia wichtig. Das macht irgendwie auch den Verein aus. Siehst du das auch so? Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja auch sagen, wir verbringen hier sehr viel Zeit miteinander. Vor allem dann im Großraumbüro sitzt man halt wirklich dann irgendwie acht, neun, zehn Stunden am Tag einfach aufeinander. Da sollte man sich schon halbwegs gut verstehen, damit man auch durch schlechtere Phasen ja gut durchkommt. Aber das ganze Kollegium sehr enger Zusammenhalt. Wie sieht denn so ein normaler Tag bei dir aus hier in der Geschäftsstelle oder eine normale Woche? Also jeder Tag ist so ein bisschen anders. Man versucht das dann immer ein bisschen zu planen und dann kommt irgendwas dazwischen und können wir nicht hierzu noch eine Pressemitteilung und wir müssen das noch veröffentlichen. Deswegen wird so ein Plan dann immer schnell über den Haufen geworfen. Aber sonst ist es eigentlich so Montag, Dienstag und Mittwoch kann man so Sachen arbeiten, die jetzt einfach anfallen. Donnerstags, Freitags ist das schon sehr aufs nächste Spiel bezogen. Aber das ist wirklich, also die Aufgaben, das ist wirklich von Tag zu Tag sehr unterschiedlich. Also dann ist so ein Tag wie jetzt einer deiner Lieblingstage, wenn wir uns mal zum Podcast treffen. Genau, ja. Das ist noch was ruhiger. Ja, in der Regel sind so, der Anfang der Woche ist schon entspannter als das Ende. Vor allem dann so bei Heimspielen kommt dann vieles oft so Richtung Spieltag noch dazu. Ja, erzähl mal, so ein Spieltag wie jetzt zum Beispiel am Freitagabend Flutlichtspiel gegen Schalke 2. Ist das ein besonderer Spieltag, viel Arbeit für dich oder? Ja, es gibt Spieltage, Heimspieltage, wo alles quasi nach Plan läuft, nicht großartig dazukommt. So ein ganz normales Samstag, Mittagsspiel 14 Uhr, keine besonderen Anlässe irgendwie sind. Aber dann gibt es auch Spieltage, das ist auch jetzt am Freitag wieder so, wo dann irgendwie viele Sachen noch, da muss dann Werbung für gemacht werden. Wenn wir zum Beispiel eine Spielerverabschiedung haben beim letzten Heimspiel, wenn solche Sachen noch dazu kommen, dann ist da schon mehr zu organisieren noch. Da muss man, also es ist dann auch mal mehr Arbeit dann noch mit der Stadionregie, dass das alles in Ablaufplan eingearbeitet wird. Die Grafiken müssen vorbereitet werden, dann ist dadurch, dass es ein Freitagsspiel ist, sowieso ein bisschen weniger Vorbereitungszeit. Jetzt war der Montag auch noch frei, also das ist dann eine sehr kurze Woche. Ja, das stimmt. Das kann dann schon mal stressig werden. Musst du dich auch mit Stadionsprecher Robert Mohnen dann abstimmen? Genau, aber also mit Robert mache ich das in der Regel erst am Spieltag, der ist dann mal sehr spontan, der sagt, der braucht da nicht irgendwie eine Woche Vorbereitungszeit für irgendwas, sondern ich bereite dann immer einen Zettel vor mit allem, was an dem Spieltag dann ansteht, mit Texten. Meistens hat er eh seine eigenen Gedanken, wie er das sagt. Ich bereite dann nur mal was vor, dass er halt irgendwie ein paar Stichpunkte hat, die mit rein sollen. Aber da spreche ich mich mit ihm dann in der Regel immer irgendwie mittags dann ab. Ja, und wahrscheinlich habt ihr auch viel Spaß auf der Arbeit, oder? Wer macht so die besten Sprüche, die besten Scherze hier bei euch? Boah, ja, das ist, es gibt jetzt nicht mehr die eine Person, die so sehr viel macht. Das ist schon so, man hat ja irgendwann über die Jahre dann so viele interne Sachen, die dann irgendwie lustig sind. Wir hatten ja mal einen Kollegen, Tobi Kempert, der war schon ein sehr großer Spaßvogel. Also da war noch viel mehr Spaß auf der Arbeit, aber auch jetzt ist es noch schon lustig in so einem Großraumbüro. So einfach die Interaktion so untereinander hat man ja irgendwann so, ja, bei Insider. Das wirkt immer schön, wenn man hier bei euch reinkommt, das muss man so sagen. Das freut mich. Also auch als Außenstehender so, dass die Stimmung wirkt nett, finde ich. Ja, nee, ist auf jeden Fall so. Wir sind ja hier jetzt auch im Großraumbüro ein sehr junges Team. Das heißt, wir sind irgendwie so alle in einem ähnlichen Alter. Das macht das Ganze dann nochmal ein Stück einfacher. Aber auch mit den anderen Kollegen, die jetzt nicht bei uns mit im Büro sitzen, ist es sehr locker und entspannt, lustig. Wahrscheinlich überschneiden sich eure Aufgaben teilweise auch ein bisschen, oder? Da hast du wahrscheinlich auch Schnittmengen mit Marketing dann mit den Daniels. Ja, genau. Viele Projekte, die wir einfach zusammen machen. Marketing, Aufgaben, also die, die ich dann medial irgendwie verbreite, aber die machen die Vorbereitung. Das ist dann schon so, dass wir viel zusammenarbeiten. Oder Sponsoren, die noch irgendwas veröffentlicht haben wollen oder irgendwas brauchen, Bilder. Das sind dann schon viele Schnittpunkte, die wir da haben. Was würdest du sagen, ist das Besondere hier bei der Alemannia zu arbeiten? Es ist ja nicht irgendein Verein. Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, was das ist. So auch gefühlt jeder Praktikant, der mal hier war, die Leute, die kommen hier nicht mehr weg. Also das ist irgendwie, wenn du einmal hier in diesem Verein warst, so ein paar Monate, das fängt dich irgendwie. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Das ist schon für die meisten Leute, wird zur Herzensangelegenheit einfach. Das ist auch alles sehr familiär, dadurch, dass man schon ein relativ kleines Team für dann doch einen relativ großen Verein ist. Man kennt jeden wirklich vom Zeugwart bis zum Jugendtrainer. Das ist dann schon so, dass man sich irgendwie hier zu Hause fühlt. Ja, das sagt viele hier auf dem Podcast, genau. Es ist schon ein besonderes Gefühl, am Tivoli, denke ich, zu arbeiten und mit diesem Gefühl, mit den Fans hier, mit der Euphorie, die auch ist in Aachen. Und wo man den Vereinen natürlich auch, wo alle sich wünschen, dass es mal wieder eine Liga höher geht. Genau, ja, den Traum, den haben wir ja hier auch alle. Also alle Leute, die hier arbeiten, haben irgendwie dieses Ziel, diesen Traum. Deswegen sind wir auch alle, da es nicht so gut lief, dann hier geblieben. Das will man dann schon noch erreichen, dass man wieder zurück in den richtigen Profifußball kommt. Du hast es eben mal erzählt, so ein Pokalspiel, das ist dir in Erinnerung geblieben. Was gab es noch so für Gänsehautmomente auf dem Tivoli für dich? Ja, also Pokal war noch meine Anfangszeit. Ich glaube, das würde ich jetzt mal ganz anders schätzen, wenn man so ein paar Jahre hier ist und weiß, wie viel so ein Spiel dann auch bedeutet für den Verein. Aber es, also, haben auch schon viele hier im Podcast gesagt, die letzte Saison schon hier waren. Das letzte Heimspiel gegen Düsseldorf war schon was sehr Besonderes, wenn man dann mit ab 5-3 in den Augen hat, wenn man dann irgendwie weiß, okay, wir haben es höchstwahrscheinlich geschafft. Auch jetzt so ein Heimsieg gegen Münster ist dann schon, da rechnet man dann vorher nicht unbedingt mit. Und dass man dann so einen starken Sieg einfährt, das ist dann schon was Besonderes auf jeden Fall. Bist du dann auch immer mit im Bus, wenn ihr zu den Auswärtsspielen fahrt? Nee, in der Regel nicht. Also normalerweise fahren wir als Medienteam gemeinsam dann in einem Auto, also Fotografen und irgendwie jemand, der mir hilft und ich. Jetzt Rödinghausen waren wir mal mit im Bus. Das war dann mal eine Ausnahme, weil es so eine lange Fahrt war und die sind auch erst am selben Tag gefahren. Dann haben wir gesagt, dann können wir da mal mitfahren, damit wir auch nicht so viel Fahrerei dann haben. Ja, aber in der Regel. Da war bestimmt ganz gute Stimmung im Bus. Da war gute Stimmung auf jeden Fall, ja. Erzähl mal, wie war das so im Bus? Ja, das ist ja so, also wir haben ja so einen Doppeldecker-Bus, da sitzt die Mannschaft dann oben und Staff, Trainerteam und wir dann unten. Da ist das schon so ein bisschen getrennt, aber es lief schon Musik. Es wurde ein bisschen gesungen. Und wer macht die Musik? Legt die der Fahrer auf? Ich denke nicht, ne? Nee, die Jungs haben dann ihre Box aus der Kabine, da wird dann Musik drüber gespielt, ja. Okay, was war das so? Oh, eine bunte Mischung. Also Partymusik, da liefen auch alle Manja-Lieder am Ende, die damit gegrölt wurden. Also schon gute Launemusik auf jeden Fall. Wer macht da so richtig Stimmung im Bus? Boah, ich habe das jetzt gar nicht so richtig mitbekommen, wer da am meisten Stimmung gemacht hat. So ein Alex Heinz hast du mal gehört. Marco Müller hat ein bisschen was gesungen. Ja, David Sauerland macht auch immer gute Stimmung. Ich glaube, das sind echt viele, die da für gute Laune sorgen bei denen. Ja, sehr gut. Ja, das erzählen die Spieler auch immer im Podcast. Dass es wirklich auch einen sehr guten Teamzusammenhalt gibt. Ja, das Gefühl habe ich auch auf jeden Fall. Die Mannschaft wird sich ja jetzt verändern im Sommer. Es werden neue Spieler dazukommen. Einige Neuzugänge stehen schon fest. Kennst du davon auch einige? Freust du dich auch auf neue Spieler? Nils Winter kenne ich schon. Ja, den kenne ich auch. Der ist ja der Patenonkel von den Kindern von einem ehemaligen Kollegen. Das ist jetzt ein bisschen, ja, über ein paar Ecken. Wir waren zusammen auf der Taufe von dem Patenkind. Und deswegen kennt man sich schon so ein bisschen. Die anderen Neuzugänge, die habe ich jetzt hier kurz kennengelernt, als sie dann zur Unterschrift hier waren und für das Foto. Aber die kenne ich sonst noch nicht. Ja, aber klar, da hast du natürlich schon den ersten Kontakt, weil du ja dann schon was über die bringen musstest. Genau, er spricht manchmal so ein bisschen, wirkte bisher alles sehr sympathisch und sehr ambitioniert auch. Ich meine, so ein neues Team muss ja auch wieder ein Stück weit neu zusammenwachsen. Dann gehen einige, es kommen neue dazu. Klar, ja. Und dann doch ambitionierte Ziele in der nächsten Saison, vorne mitzuspielen, am besten um den Aufstieg. Das wäre was, ne? Das wäre auf jeden Fall was. Mit Aachen aufzusteigen in der nächsten Saison. Das wäre ein Traum, auf jeden Fall, ja. Ist das echt für dich auch so eine Art Lebenstraum, wenn das passieren würde? Ja, also mittlerweile. Teil davon? Ja, mittlerweile muss ich sagen, auf jeden Fall. Also das ist schon so, dass man das hier auf jeden Fall noch erreichen will. Ja, cool. Natürlich noch mehr danach, also nicht Drittliga-Aufstieg und dann sagen, ich bin weg, sondern möglichst weit dann. Aber es ist schon zum Traum geworden. Ja, das ist toll, dass du sagst, es ist genau richtig, es kann so bleiben, wie es ist. Oder hast du noch andere Ziele so beruflich, dass du sagst, irgendwann vielleicht mal zu einer größeren Club oder einer größeren Stadt. Oder passt alles genau so, wie es jetzt ist? Ich muss sagen, momentan passt es alles genau so, wie es ist. Ich hatte auch schon mal, natürlich überlegt, will man irgendwann mal in den Bundesliga-Verein gehen. Für mich hat das aber nicht so den ganz großen Reiz bisher, weil man da dann, da bist du eine Person von 200 auf der Geschäftsstelle. Hier hast du wirklich Verantwortung. Du kennst die ganzen Leute im Verein, du kennst auch viele um den Verein herum. Das macht es dann schon etwas Besonderem. Und ich habe das Gefühl, das habe ich dann bei Werder Bremen gelernt, dass es da nicht, also für mich war es da nicht mehr so besonders für den Verein zu arbeiten, wie hier. Deswegen, aktuell kann ich mir nicht vorstellen, für einen anderen Verein zu arbeiten. Was macht Aachen so für dich aus, dieses Gefühl? Alemannia Aachen, der Tivoli? Erzähl mal. Ich kann das nicht richtig beschreiben. Das hat mich irgendwie gepackt. Ich weiß nicht mal, warum das. Ich glaube, das haben viele Leute. Das ist dann auch einfach, das macht einen ja dann schon irgendwie stolz, dass man, auch wenn man mittlerweile seit über zehn Jahren in der Regionalliga spielt, dass man so eine große Fanbase noch im Rücken hat, dass da so eine Stimmung immer ist, dass da so viele Emotionen in diesem Verein drin sind, das packt einen dann einfach irgendwie. Das ist der Grund, warum Aachen eben nicht so ist wie andere Vereine. Genau, richtig, auf jeden Fall. Mal unabhängig von der Liga, ne? Ja. Das ist das, genau. Du hörst auch regelmäßig in den Podcast rein bei uns, oder? Ja, ich bin ja bei sehr vielen Aufnahmen dabei. Deswegen, ich habe schon einige Folgen gehört, ja. Gab es da irgendwelche Highlights oder irgendwas Witziges, was dir in Erinnerung geblieben ist? Ja, Eli Ramay war schon. War lustig. Das sagen ja einige oder haben das im Nachgang gesagt. Er war ja nicht ganz so sicher, dass er es machen will. Ich finde, er hat sich super geschlagen. Ja, absolut. Das fand ich schon ganz lustig mit ihm. Ja. Sonst, ne, die meisten haben das echt souverän so abgerockt. Eben, es ist nicht so einfach. Es sind doch längere Gespräche manchmal. Ja. Und es war echt oft auch witzig, ne? Wir haben wirklich viel gelacht hier. Das stimmt. Ja, das muss man sagen. Jetzt im Sommer auch mal Urlaub, das war im letzten Jahr noch ein bisschen anders. Da konnte man ja die Vorbereitungen quasi erst starten, als man dann wirklich den Klassenerhalt sicher hatte. Da war es dann schon schwierig in dem Jahr Urlaub zu machen. Während der Saison geht es halt auch nicht. Es ist jede Woche halt irgendwie ein Spiel, da kannst du die mal ein, zwei Tage frei nehmen, aber jetzt nicht zwei Wochen. Also einfach dadurch, dass wir noch so wenige Leute sind, dass ja keine Vertretung da ist. Also wann soll ich dich nicht anrufen? In welchen Wochen? Nein, Quatsch. Nach Saisonende. Nach Saisonende. Und wo geht es hin? Die zwei, drei Wochen. Ich weiß es noch nicht. Zwei, drei Wochen. Sehr gut. Ja, zwei, drei Wochen zumindest mal. Muss man auch mal abschalten. Nicht jeden Tag hier sein. Nebenbei muss man trotzdem ein bisschen was machen, weil also einfach drei Wochen lang gar nichts posten bei Social Media ist dann auch schwierig. Aber es wird auf jeden Fall dann stark runtergefahren, dass man auch mal ein paar Tage zu Hause hat oder irgendwo im Urlaub. Vielleicht ist ja noch ein Praktikant da. Genau. Ich habe aktuell einen guten Praktikanten, der kann mich dann ein bisschen vertreten auf jeden Fall. Fährst du weg? Wo geht es hin? Ne, weiß ich noch nicht. Weißt du noch nicht? Ich muss spontan gucken. Okay. Und wo könnte die Reise in deinem Leben noch hingehen? Du bist noch jung, Alemannia Aachen ist toll, aber kannst du dir noch irgendwas anderes vorstellen? Mal fünf Jahre weiter gedacht oder so? Also fünf Jahre weiter gedacht, muss ich schon sagen, hoffe ich, dass ich noch hier bei Alemannia bin. Wir nicht mehr in der Regionalliga spielen, sondern vielleicht sogar in der Zweifel. Zweiten Liga. Das wäre ein Traum, ne? Das wäre schon sehr toll und alles, was danach kommt, da mache ich mir jetzt auch keine Gedanken drüber. Danke, danke, liebe Megan. Schön, dass du bei uns im Podcast warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Dir und dem Team eine gute Woche noch. Freitagabend natürlich drei Punkte hier zu Hause gegen Schalke 2. Wir sind nächsten Mittwoch wieder für euch da. Dann dreht sich bei uns im Podcast alles um die Fans. Hört gern rein und abonniert auch unseren Alemannia Newsletter auf aachenerzeitung.de und der erscheint mehrmals in der Woche mit allen wichtigen Infos. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Alemannia Aachen. You never talk alone. Der Alemannia Podcast. Der Aachener Zeitung. Aus dem Medienhaus Aachen. 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 Vielen Dank.